Yo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video auf diesem Kanal. Heute gibt es einen neuen Tuning Teil und zwar tunen wir heute den Karin Sultan. Also den kann man sich bei SSS oder bei Benis Motor Walks oder wie das da heißt holen. Hier Original Motor Walks. Benis, Benis, hol du hast eine kleine, ich sag das jetzt nicht, weil ihr wisst schon was ich sagen wollte. Ja, okay, so wo haben wir den? Hier, Karin Sultan. Also erinnert oder ist nachgestellt von den Fahrzeugen einmal den Lexus IS und Mitsubishi Lancer Evolution. Ja, das ist unser hier und dann holen wir uns den einfach mal in blau, komm, kaufen nach Club Garage B2 wie immer. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Fahrzeug angekommen ist. Hier ist das Fahrzeug, ja, halt im blau bestellt. Sieht aus wie hier der Müllkarre, die auf der Straße fährt gefühlt. Und ja, einmal kurzen Soundcheck natürlich. Okay, also so klingt die Karre, wenn sie ungetunt ist. Dann fahren wir natürlich mal in den ALS Customs Mustons rein. Was bringt dich heute? Und in der nächsten Folge rüsten wir das Fahrzeug natürlich noch bei Benis auch. Ja, das ist sehr klar. So, Entschuldigung für die ganzen Geräusche, die ich vielleicht nebenbei war. Ja, die kommt von draus. Mein Fenster war gerade eben offen. So, Rennbremse. Ein Panzer, natürlich kommt von draus. So, Stoßstange. Ja, nehmen wir mal das hier, Heckstoßstange. Nehmen wir auch mal drauf. Verbesserung 4. Ja, das finde ich definitiv besser. Titanauspuff. Sprengstoff brauchen wir nicht, denn wir sind nicht aus Afghanistan. Ja, ich mach einfach mal, komm, das ist für 2000. Ne Hupe. Ich mach mal irgendeine Melodie einfach. Mach wir mal das rein hier. Fortlaufen. Ach ne, das fahren wir gar nicht. So, Lichter, Scheinwerfer. Naja, Neon-Kids bei dem hier. Äh, ich weiß nicht. Ne. Ähm, Nummern, Schild, Gelb auf Schwarz. Lackierung machen wir gleich. Überrollkäfig und Fargestell kommt mal rein. Ach so, ein Blender. Okay. Ja, machen wir mal drauf, warum nicht? Ähm, Seitenverkleidung, ja. Spoiler. Ich weiß nicht, ob wir den ersten oder den letzten. Ja, ich weiß nicht. Ich mein, der Spoiler ist jetzt nicht so hoch, deswegen nehm ich den. Aber es gibt halt auch GT-Spoiler, die etwas höher sind und die sehen dann gar nicht mehr geil aus. Den nehmen wir mal ganz tief. Renngetriebe, Turbo, Reifen-Felgen-Typ, Sport ist ja klar, serienmäßig. Mhm. Mhm. ich würde sehr gesagt solche Felgen drauf machen die nicht kommen wir haben und hier in Verluchten um das war ein Muster die Farbe machen wir dann gleich so gut und reingekommen auch wenn wir um eine andere Lackierung drauf haben weil ich guck dann gleich was wir machen drauf machen okay gut so das war's ansonsten mit den restlichen Sachen jetzt die Lackierung Primärfarbe ich guck mal bei Camila und ob hier irgendwas überhaupt drauf passt aber ich bin ehrlich nicht auf so einem Fahrzeug Leute ja ne Metalle sind jetzt auch nicht so das Beste für ich würde einfach mal so klassisch machen ganz normal klassische Farbe gleich so ne Kombination mit Schwarz und Orange ich guck mal wie das als Seconder Farbe dann mal aussehen würde wenn wir so einen Orange drauf machen würden eventuell also entweder ein Orange oder dann vielleicht so ein Weiß oder dann komplett Schwarz oder so ein Rot oder vielleicht mit einem Rot was aber auch für die Reifen passen würde oder so ein Pink, so ein heißes Pink oder das sieht doch bezaubernd aus Leute Spaß ähm hier so ein ganz normales Orange äh hat irgendwie was aber ich weiß nicht so diese Kombination manchmal mit Schwarz und Orange erinnert mich manchmal an Lakritz ich weiß nicht ich glaube ich mach's mit Rot mit Rot war's deutlich besser tut mit ganz normalen Rot tut mit ganz normalen Rot ja dann machen wir natürlich noch einmal Reifenfarbe dann würde ich einfach schwarz machen unsere Reifenqualm genauso schwarz gut dann haben wir das Fahrzeug fertig ja das ist das Fahrzeug getunt mit der wunderschönen Hupe machen wir jetzt mal natürlich noch ein kleines Soundcheck ja hört sich fast gleich an ähm ja dann schauen wir mal welche Türen auch bei diesem Fahrzeug dann aufgehen können alles Fahrzeuge und dann Fahrzeugtüren alle ok Motorhaube und Kofferraum auch das ist gut und ja dann würde ich mal sagen fahrt das mit diesem Video ich hoffe es hat euch gefallen äh und schreibt es mal in die Kommentare ob es euer Tuning Geschmack ist oder nicht äh was ihr vielleicht dann ändern würdet zum Beispiel farblich oder zum Beispiel ob ihr einen Spoiler drauf machen würdet oder gar nicht ähm ja schreibt es einfach mal in die Kommentare rein mich würde es freuen und ähm mal auch zu lesen so ja was euer Geschmack so eher ist und ansonsten sehen wir uns eventuell beim nächsten Video ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag macht's gut haut rein und tschau tschau